In diesen Räumlichkeiten werden wir ein Restaurant etablieren. Ich sagte es eben schon, italienische Küche, wirklich super lecker. Die Kollegen und Kolleginnen der Akademie können einfach die Treppe runter gehen und können hier lecker essen und natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Region. Sie sind herzlich willkommen im Restaurante Due Fratelli. Stellen sich vor, dieses Fenster gibt es nicht. Da ist eine Tür nach draußen mit einer wunderschönen Sommerterrasse und einem Wintergarten, wo es man sich gut gehen lassen kann. In diesem Raum wird sozusagen das Hauptspeisezimmer etabliert werden. Das Restaurant Due Fratelli, ein Ort weiter und ziemlich bekannt auch schon bei den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Region, wird genau hier an diesem Standort uns alle beglücken mit ihrer fantastischen Küche. Und wer das Restaurant jetzt schon kennt, der wird gespannt drauf sein, wie es im Anschluss an diesem Ort hier ausschauen wird. Seien Sie willkommen!